Die Ampel muss weg, das rufen zurzeit ganz, ganz, ganz viele Leute und ich möchte jetzt einfach mal überhaupt nicht politisch aufziehen, weil die Ampel gibt es schon ganz schön lange, nämlich in Deutschland schon seit 1924, mindestens gegebenenfalls seit 1923. Und ich habe euch jetzt ein paar Bilder mal, die ich euch zeige, mitgebracht und zwar vom Potsdamer Platz. Dort steht der Nachbau der ersten deutschen Ampel, die es dort gab und da ist markant, dass zum Beispiel die Lichtsignale, die rot, gelb und grün nicht vertikal sind, sondern horizontal sind. Und ihr könnt die Ampel besichtigen, die steht dort und leuchtet jeden Tag noch ihren Dienst. Früher war dort auch jemand, der hat das dann am Anfang geschaltet. Also es gab es nicht so, dass die Schaltungen früher automatisiert waren, sondern das ganze Wort per Hand von einer Person, von einem Polizisten geschaltet. Es gibt noch Gerüchte, da habe ich im Tagesspiegel und auch bei Wikipedia was gesehen, dass es eventuell eine Ampel in Deutschland schon 1922 in Hamburg gab, aber laut Wikipedia gibt es da keine nachprüfbaren Belege. Das heißt also, wir gehen davon aus, dass am 19. Dezember 1924 die erste deutsche Ampel am Potsdamer Platz in Betrieb gegangen ist und die ihr heute noch bewundern könnt. Dies zur Schlagzeile, die Ampel muss weg und das auch nicht ganz ernst gemeint, diese Nachricht. Also die erste Ampel stand am Potsdamer Platz seit 1924 und seit dem 19. Dezember ganz genau und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.